Ja hallo, mein Name ist Franziska Müller, ich komme aus Deutschland und bin mit meinem Toppony Leo hier. War letztes Jahr auch schon mit ihm hier, war letztes und dieses Jahr Doppel-Null im Nationenpreis und wir haben auch beide Jahre den Nationenpreis und die Gesamtwertung des I-Cups gewonnen. Und ja, es ist ein schönes Turnier, super Bedingungen hier und es macht einfach Spaß hier zu reiten.